Der Wecker reißt mich um drei Uhr aus einem unruhigen und vor allem viel zu kurzen Schlaf. Zum Glück haben wir gestern alles fertig gepackt und ins Auto geladen, sodass wir jetzt nur fertig machen und losdüsen müssen. Auf den Straßen ist kaum etwas los. Die wenigen LKWs und Autos, die schon unterwegs sind, zuckern gemäschlich über die Autobahn. Außer einem Porsche, der mit ca. 150 Sachen in eine 100er-Zone brettert. Wow, okay, jetzt bin ich wach. Ohne Stau kommen wir um halb fünf auf dem Flughafen in Frankfurt an. Auch hier ist kaum etwas los. Sogar die Online-Check-Ins sind noch nicht geöffnet. Aber nach kurzer Wartezeit geht es schon los und wir können die Koffer abgeben. Auch durch die Sicherheitskontrolle geht es schnell. Leider lässt unser Flugzeug auf sich warten, weshalb wir wahrscheinlich schon mit einem Delay starten werden. Hoffentlich geht in Zürich alles gut. Es geht los und nur 35 Minuten später landen wir in Zürich. Die Stunde Puffer nutze ich natürlich mit einer kleinen Planespotting-Session. Auch der zweite Flug startet mit einem Delay, weil uns zunächst Passagiere fehlen, dann zu viele im Flieger sind und am Schluss alles passt, obwohl niemand ausgestiegen ist. Wir starten direkt über die Alpen weg, was mein Planespot der Herz höher schlagen lässt. Angekommen in Mailand. Nach kurzer Wartezeit geht es dann mit dem Bus die zweieinhalb Stunden von Mailand nach Genua. Zum ersten Mal sehen wir das Schiff und wir staunen, denn es ist riesig. Hier sollen 5.500 Menschen draufpassen. Tag 1, Marseille, Frankreich Marseille war schon immer ein wichtiger Handelsknotenpunkt aufgrund seiner strategischen Lage. Er baut von den alten Griechen, erobert von den Römern und zum Schluss an die Franzosen übergeben, zählt Marseille heute noch zu den wichtigsten Häfen, wenn es um den Rohstoffwandel aus Afrika geht. Zurück zur Reise Wer mich kennt, weiß, dass ich natürlich im Vorhinein schon alles geplant und mich informiert habe. In sämtlichen Artikeln, Kommentaren und Rezensionen über Marseille habe ich gelesen, dass die Kathedrale de Notre-Dame ein Muss beim ersten Besuch der Stadt ist. Da diese berühmte Wallfahrtskirche, die übrigens der heiligen Mutter Maria geheiligt ist, auf einem Berg liegt und wir eigentlich gar keine Lust hatten, uns dort hinauf zu quellen, haben wir uns für die Bimmelbahn entschieden. Für 10 Euro bekamen wir eine wundervolle Stadtrundfahrt am Meer entlang und eben den Transfer zur Kathedrale. Hier mussten dann doch noch einige Treppenstufen bewältigt werden, ehe wir zusammen mit ungefähr 37.000 anderen Touristen endlich in die Kirsche konnten. Von hier hatte man den Hafen, den alten Hafen, das Stadion und die Gefängnisinsel im Blick. Im Anschluss schauten wir uns noch den alten Hafen und das Altstadtviertel Le Panier an. Tag 2, Barcelona, Spanien Als erstes muss ich wirklich sagen, dass ich noch nie eine so grüne Stadt gesehen habe. Überall wachsen Bäume, Sträucher, Blumen und Büsche. Das hält nicht nur die Sonne weg, nein, es duftet auch überall sehr gut und verleiht der Stadt einen ganz besonderen Flair. Einen guten Tipp, den wir leider auf die harte Tour lernen mussten, ist, dass man sich unbedingt Tickets für die Eintritte vorher online kaufen muss. Sowohl für die Sagrada Familia als auch für den Park Güell gab es für zwei Tage keine Tickets mehr. Wer zum ersten Mal in Barcelona ist, sollte sich unbedingt eine Tour mit dem Hop-On-Hop-Off-Bus gönnen. Für 33 Euro kann man den ganzen Tag damit fahren oder für 44 Euro ganze zwei Tage. Was ich hier wirklich super finde, ist, dass es zwei Routen gibt, die beide im Preis inkludiert sind und man so wirklich alle Volumente der Stadt sieht. Dementsprechend haben wir auch sehr lange dafür gebraucht. Die Busse fahren so häufig, dass wir eigentlich nie länger als 10 Minuten warten mussten. Wir sind mit der Roten Route bis zum ersten Kreuzpunkt gefahren und dort sind wir in die Blaue Route gestiegen und bis zur Sagrada Familia gefahren. Nach einem Spaziergang um die Kathedrale ging es weiter, bis zum Park Güell. Keine Karte, keine Kekse. Also ging es direkt weiter. Von dort fuhren wir weiter, vorbei am neuen Stadion des FC Barcelona und dann am nächsten Kreuzpunkt wieder in die Rote Route zu steigen. Hier haben wir die restlichen Highlights gesehen. An einem pompösen Gebäude, wir wissen bis heute nicht, was das war, sind wir nochmal ausgestiegen. Vorbei an Orangenbäumen und duftenden Blumen ging es dann durch die Berge zurück zum Hafen. Seetag Heute ist nicht viel passiert. Wir haben uns auf unserem Balkon ausgeruht, gelesen und ansonsten nicht viel gemacht. Tag 3 Cagliari, Sardinien Der Botanische Garten in Cagliari ist ein Lehrgarten der Hesingen Universität. Für einen Eintrittspreis für 4 Euro kann man sich diesen Garten anschauen. Das wollten wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Also gingen wir vom Schiff los und zahlten direkt den zweiten Preis. Nämlich einen wunderbaren Anstieg, denn der Garten liegt oben in der Stadt. Uff, endlich oben angekommen, waren aber alle Schmerzen und Schimpfereien vergessen und wir freuten uns über duftende Blumen, skurrile Bäume und sehr spitze Kakteen. Autsch, mein Arm. Und eine unterirdische Tunnelanlage, die die Römer als Zitadelle benutzten. Grob erklärt ist die Zitadelle Teil einer römischen Festung. Bei einer Erstürmung der Stadt durch feindliche Truppen dient sie als Rückzugsort für die Garnison und letzter Widerstandskern der Stadt. Direkt neben dem Botanischen Garten liegt das Kolosseum. Den Eintrittspreis von 3 Euro haben wir uns aber gespart und sind einfach drumherum gelaufen. Denn von hier sieht man genauso viel. Was meint ihr? Hättet ihr das Geld bezahlt? Nachdem wir uns den Anstieg vorbei im Kolosseum erkämpft hatten, ging es leicht bergab. Immer weiter den Touristenströmen hinterher. Zunächst ging es durch zwei Tore, die zur ehemaligen Stadtbefestigung gehörten und vorbei an alten, engen Gästchen. Vor der Kathedrale war ein regelrechter Menschenauflauf. Diese ist kostenfrei zu besichtigen, weshalb wir einen kurzen Blick riskierten. Schöne Gemälde zierten die Wände und Decke und unten in der Kruft konnte man die Königsgräber besichtigen. Nach unserem Besuch in der Kathedrale folgten wir dem Besucherströmen durch die kleinen Gästchen mit den bunten Fassaden. Ich finde es so schön, dass sich jeder auf seinem Balkon seine eigene kleine Welt einrichtet. Sei es unzählige Pflanzen oder einfach die Wäsche, die hier oben am besten trocknet. Immer weiter ging es hinab zur Bastion San Remo. Von hier hatte man nicht nur einen tollen Blick auf die einfliegenden Flugzeuge, im konkreten Fall eine Dornier der italienischen Air Force, sondern auch die Möglichkeit, in die Innenstadt zu gelangen. Hier reihen sich moderne Geschäfte an kleine Boutiquen. Da wir beide Hunger hatten, entschieden wir uns, in einem kleinen Restaurant eine Pizza zu essen, da die ausgestellten Pizzen herrlich aussagen. Und was soll ich sagen, es war die beste Pizza, die ich je gegessen habe. Wir waren dann noch schnell im Supermarkt, ehe wir uns auf den 1,5 Kilometer langen Rückweg zum Schiff machten. Tag 5, Pompeji, Italien Wir legen in Deapel an. Sämtliche Reiseberichte haben empfohlen, beim Einlaufen an Deck zu stehen. Außerdem will ich endlich mal den Vesuv sehen, was schon lange ein Traum von mir ist. Also stehe ich extra früh auf, laufe gespannt auf den Balkon und die große Ernüchterung erfolgt prompt. Eine dicke Nebelsuppe hängt über Neapel und man erkennt gar nichts. Da wir aber schon viel vorhaben, gehen wir schnell zum Frühstück, um pünktlich das Schiff zu verlassen. Denn heute wollen wir nach Pompeji, dessen Besuch ebenfalls schon lange ein Traum von mir ist. Vor Ort folgt dann der nächste Schock. Menschen, Massen, wohin das Auge reicht. Führungen in sämtlichen Sprachen dieser Erde schieben sich zwischen den Privatbesuchern entlang. Das kann ja heiter werden. Nachdem wir einen langen Weg entlang gelaufen sind, kommen wir zum ersten Gebäude. Offensichtlich war das mal ein Theater. Mh, quetsch, quetsch, und ich kann ein gutes Foto machen. Auch das Amphitheater dahinter macht schon etwas her. Ich bin schwer beeindruckt und kann mir gar nicht vorstellen, dass es noch besser werden kann. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich auch gar nicht abschätzen, wie groß Pompeji wirklich ist. Einige Stunden später sollte ich und vor allem meine Füße das aber wissen. Dicke Steine säumen die Straßen und die Bürgersteige sind sehr hoch. Viele Ruinen von kleinen Häusern warten auf unsere Erkundung. Hier wohnte das einfache Volk. Erste Bilder an den Wänden und wundervoll angelegte Gärten mit Brunnen lassen uns erkennen, weltsprungvolle Stadt Pompeji einst gewesen sein muss. Wir gehen an einem Weinberg vorbei und treffen auf das wahrscheinlich bekannteste Wahrzeichen Pompejs. Ein Schaukasten mit den sterblichen Überresten einiger Opfer der Katastrophe. Ich schaue sie mir einige Minuten genau an und versuche mir vorzustellen, was sie in den letzten Minuten ihres Lebens gefühlt, gedacht oder getan haben. Ein riesiges Kolosseum ragt vor uns in den Himmel auf. Durch einen dunklen, steilen Gang gelangen wir ins Innere des Kolosseums. Wie sich die Gladiatoren gefühlt haben müssen, kurz bevor sie zu ihrem vielleicht letzten Kampf antraten, das kann man sich nur schwer vorstellen. Aber die Dimensionen dieses runden Gebäudes lassen erahnen, welche Massen an Menschen ihnen zugejubelt haben müssen. Wir gehen weiter. Die Häuser werden immer größer und prumpvoller. Fast alle haben jetzt Säulen und große Gärten. Wir sind im Villenviertel Pompejs angekommen. Alles, was damals Rang und Namen hatte, wohnte hier. Staunend laufen wir von Raum zu Raum und bestaunen die noch teils sehr gut erhaltenen Skulpturen und Wandmalereien. Auch die vielen Brunnen mit Geschlechtsteilen mustern wir skeptisch. An dieser Stelle erspare ich euch aber die Bilder. Nach vier Stunden haben wir dann müde, aber sehr glücklich Pompej verlassen. Wir hätten noch weitere vier Stunden hier bleiben können, aber irgendwann war dann noch einfach die Luft raus. Und auf der Rückfahrt zum Hafen hat sich dann der Vesuv doch noch bequemt und die Wolken rissen auf. Tag 6, Rom, Italien. Nach einer circa zweistündigen Busfahrt, auf der unsere gut gelaunte Reiseführerin Infos in einer Lautstärke präsentiert hat, die uns allen die Ohren wegfliegen lassen hat, wurde in der Nähe des Vatikans geparkt. Angekommen am Treffpunkt konnten wir schon den Petersdom und dessen Vorplatz sehen, auf dem eine Schlange stand, um in die Sixtinischer Kapelle zu kommen. Unsere Reiseführerin sagte uns, wenn wir dort hinein wollen, müssten wir uns mindestens drei Stunden Wartezeit rechnen. Das war uns dann doch zu lang. Außerdem hatten wir eine Route zu Fuß herausgesucht, in der man alle Wahrzeichen bewundern konnte. Wir starten unsere Sightseeing-Tour und entfernten uns immer weiter vom Petersdom. Unzählige Stände mit Souvenirs säumten die Straßen. Was mir direkt ins Auge fällt, ist, wie billig die Souvenirs hier sind. Magnete kosten teilweise nur einen Euro und auch Postkarten sind für 50 Cent das Stück zu bekommen. Wir folgen den unzähligen Touristen über eine Brücke und sehen vom anderen Ufer des Tiber zu Engelburg mit der gleichnamigen Brücke. Wir führen unsere Reise fort und folgen einer Straße, in der nicht ganz so viele Touristen unterwegs sind. Man könnte meinen, normale Menschen leben hier nicht. Meine Schwester hat uns empfohlen, unbedingt ein Eis zu probieren. Abseits in einer kleinen Gasse finden wir eine Eisdiele, in der das Eis selbst gemacht wird und wo man dabei zuschauen kann. Für uns gibt es Rose, Schokolade und Nougat. Wir machen uns auf den Weg zur Piazza Navona. Auf dem Platz angekommen tummeln sich wieder tausende Touristen. Hier befinden sich mehrere Brunnen und auch wieder ein sehr schönes Gebäude, bei dem ich sehr gerne ein Foto mache. Die Piazza Navona war früher ein antikes Stadion und ein Markt. Heute ist es eine der lebendigsten Plätze Roms. Wir verlassen den großen Marktplatz und machen uns auf den Weg zum Pantheon. Immer wieder sind tolle römische Embleme in Kanaldeckel und Säune eingelassen. Ich, der sich Rom wie in den Asterix Comics vorstellt, freut sich über solche Details, weil bisher nicht viel typisch römisches zu sehen war. Doch das soll sich jetzt beim Pantheon ändern. Hohe Säulen tragen einen riesigen Stein mit römischer Aufschrift. Lange bleiben wir aber nicht, weil es hier übervoll ist. Unser nächster Stopp soll die Spanische Treppe sein. Sie ist eine der bekanntesten Freitreppen der Welt und ein wahrer Touristen-Hotspot. Das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen und nehmen den Umweg von 1,5 Kilometer in Kauf. Im Nachhinein hätten wir uns das wirklich schenken können, denn außer Touristen haben wir nicht wirklich was gesehen. Doch wir lassen uns davon nicht unterkriegen und machen uns auf den Weg zum nächsten Highlight, dem Trevi-Brunnen. Darauf habe ich mich wirklich gefreut und ich muss sagen, ich war wirklich erstaunt, wie groß dieser Brunnen ist. Eigentlich wollte ich auch eine Münze in den Brunnen werfen und hatte mich extra informiert, mit welcher Hand man über welche Schulter wie was zu werfen hat, aber leider waren so viele Menschen hier, dass wir nicht einmal in die Nähe des Brunnens kamen und einem Touristen die Münze auf den Kopf werfen wollte ich ja nur auch nicht. Spannend am Trevi-Brunnen ist, dass er Teil eines Bewässerungssystems ist, das Wasser in die Stadt leitete. Immer weiter kommen wir unserem großen Ziel und Highlight näher, dem Kolosseum. Doch vorher zieht ein weiteres Gebäude meine Aufmerksamkeit auf sich. Und im Nachhinein betrachtet ist das das römischste und imposanteste Gebäude des heutigen Tages. Wir biegen um eine Ecke und stehen vor dem Victor-Emmanuel-Denkmal. Ich muss sagen, ich bin baff. Hier kann man sich richtig gut vorstellen, wie Cäsar auf dem Balkon stand und seine Truppen befehligt hat. Okay, das Denkmal wurde erst um 1900 erbaut, aber träumen kann man ja mal. Vor dem Gebäude steht eine riesige Reiterstatue von König Vittorio Emanuele II. Es besitzt außerdem einen tollen Rundumblick über Rom. Wer nicht gerade auf das Dach oder in das Museum des Denkmals möchte, kann man sich ganz kostenfrei die Aussicht genießen. Hier sehen wir auch zum ersten Mal das Kolosseum, weshalb ich jetzt ziemlich aufgeregt bin. Auch das Forum Romanum ist von hier zu sehen. Von hinten nähern wir uns dem Forum Romanum. Zum Glück haben wir keine Tickets dafür gekauft, denn das gesamte Gelände ist von außen einsehbar. Klar, man bekommt keine Infos, aber wir hatten ohnehin gar keine Zeit, noch groß etwas anzuschauen. Wir gehen also vorbei an einer Cäsar-Statue, vorbei am Forum Romanum und werfen einen kurzen Blick darauf. Als wir über die Straße gehen, treffen wir auf einen wahren Strom von Touristen, die zum Kolosseum pilgern. Da pilgern wir doch gerne mit. Würden nur nicht ständig irgendwelche Leute mitten auf dem Weg stehen bleiben. Kurz durchatmen und weiter geht's. Angekommen vor dem Kolosseum staune ich nicht schlecht, wie groß dieses Gebäude doch ist. Leider ist es hier unmöglich, ein Foto ohne Leute zu bekommen. Nach einigen Bildern machen wir uns dann auf den Weg zur U-Bahn und mit dieser dann zurück zum Petersdom. Fun Fact, der deutsche Bus war als erstes vollzählig und konnte deshalb schon viel früher losfahren. Auf dem Heimweg hat mich dann leider ein wundervoller Virus heimgesucht, weshalb der Weg zum Schiff und die Heimreise am nächsten Tag nicht so toll waren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017